Liebe Werbeartikelgemeinde, im vierten Video aus dem Homeoffice geht es heute bei uns um einen absoluten Topseller. Der EasyLock Becher und die EasyLock Flasche. Beide haben an der Seite ein zusätzliches Schloss, was den Artikel absolut transportsicher macht und nicht nur auslaufsicher. Hat man dieses Schloss gelockt, kann man es ruhig in eine Tasche schmeißen, ohne dass was auslaufen kann. Einfach hochgeschoben mit der Einhandbedienung vorne drauf gedrückt, kann man direkt raus trinken und das ganze wieder locken. Der Deckel ist Spülmaschinen geeignet. Ich kann die Sicherung hier so abnehmen und das Oberteil einfach in die Spülmaschine legen. Den Artikel gibt es in fünf verschiedenen Farben. Silber, Weiß, Blau, Schwarz, Rot und den Artikel gibt es grundsätzlich in zwei verschiedenen Größen. 330 Milliliter und 450 Milliliter. Der Artikel ist doppelwandig vakuumisoliert, von beiden Seiten quasi Edelstahl. Einsatzgebiete sind alles zum Thema Sicherheit, Transport, aber auch wieder Wärme und Kälte, weil der Artikel ist fünf Stunden für Heißgetränke geeignet und acht Stunden für Kaltgetränke geeignet. Solange hält die Temperatur entsprechend. Und auch dieser Artikel, wie viele andere Artikel bei uns auch, sind im Digital-Rundumdruck umsetzbar. Hier ein weiterer Artikel, wo wir richtig 360 Grad rundumdrucken können. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Bleiben Sie gesund. Ihre Firma Xenau. Jetzt haben wir in jedes Moment. Die